Hallo zusammen! Herzlich willkommen auf meinem Kanal Subtitled Deutsch. Ich freue mich, da du da bist. Lass uns Deutsch lernen. Heute geht es um das Thema spaßiges Wochenende mit der Familie. Und jetzt lass uns die Geschichte anhören und gleichzeitig den Wortschatz lernen. Bitte hören Sie zu! Heute ist ein besonderer Tag. Ich verbringe ihn mit meiner Familie. Wir planen ein Picknick auf dem Land. Das Land. Das Land. Wir wachen früh auf und packen einen Picknickkorb mit Sandwiches, Obst und Snacks. Auf dem Land finden wir einen schönen Platz unter einem großen Baum. Der Baum. Der Baum. Wir breiten eine Decke aus und setzen uns hin, um zu essen. Das Essen. Das Essen. Das Wetter ist perfekt. Wir lachen, reden und genießen es, zusammen zu sein. Nach dem Essen. Nach dem Essen spielen wir Spiele wie das Fangen von Schmetterlingen. Spielen. Spielen. Und das Überspringen von Steinen in einem nahegelegenen Teich. Der Teich. Der Teich. Als die Sonne zu sinken beginnt. Die Sonne. Packen wir zusammen und fahren nach Hause. Das Haus. Das Haus. Glücklich. 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 Und müde. 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 Zu Hause haben wir ein köstliches Abendessen. Das Abendessen. Das Abendessen. Und teilen Geschichten über unseren Tag. Dann gehen wir alle schlafen und sind dankbar für die wundervolle Zeit, die wir zusammen haben. Bitte, hören Sie die Geschichte mit Untertiteln. Heute ist ein besonderer Tag. Ich verbringe ihn mit meiner Familie. Wir planen ein Picknick auf dem Land. Wir wachen früh auf und packen einen Picknickkorb mit Sandwiches, Obst und Snacks. Auf dem Land finden wir einen schönen Platz unter einem großen Baum. Wir breiten eine Decke aus und setzen uns hin, um zu essen. Das Wetter ist perfekt. Wir lachen, reden und genießen es, zusammen zu sein. Nach dem Essen spielen wir Spiele wie das Fangen von Schmetterlingen und das Überspringen von Steinen in einem nahegelegenen Teich. Als die Sonne zu sinken beginnt, packen wir zusammen und fahren nach Hause, glücklich und müde. Zu Hause haben wir ein köstliches Abendessen und teilen Geschichten über unseren Tag. Dann gehen wir alle schlafen und sind dankbar für die wundervolle Zeit, die wir zusammen haben. Bitte hören Sie zu, entsprechen Sie nach. Heute ist ein besonderer Tag. Ich verbringe ihn mit meiner Familie. Wir planen ein Picknick auf dem Land. Wir wachen früh auf und packen einen Picknickkorb mit Sandwiches, Obst und Snacks. Auf dem Land finden wir einen schönen Platz unter einem großen Baum. Wir breiten eine Decke aus und setzen uns hin, um zu essen. Das Wetter ist perfekt. Wir lachen, reden und genießen es, zusammen zu sein. Nach dem Essen spielen wir Spiele wie das Fangen von Schmetterlingen und das Überspringen von Steinen in einem nahegelegenen Teich. Als die Sonne zu sinken beginnt, packen wir zusammen und fahren nach Hause, glücklich und müde. Zu Hause haben wir ein köstliches Abendessen und teilen Geschichten über unseren Tag. Dann gehen wir alle schlafen und sind dankbar für die wundervolle Zeit, die wir zusammen haben. Heute ist ein besonderer Tag. Ich verbringe ihn mit meiner Familie. Wir planen ein Picknick auf dem Land. Wir wachen früh auf und packen einen Picknickkorb mit Sandwiches, Obst und Snacks. Auf dem Land finden wir einen schönen Platz unter einem großen Baum. Wir breiten eine Decke aus und setzen uns hin, um zu essen. Das Wetter ist perfekt. Wir lachen, reden und genießen es, zusammen zu sein. Nach dem Essen spielen wir Spiele wie das Fangen von Schmetterlingen und das Überspringen von Steinen in einem nahegelegenen Teich. Als die Sonne zu sinken beginnt, packen wir zusammen und fahren nach Hause, glücklich und müde. Zu Hause haben wir ein köstliches Abendessen und teilen Geschichten über unseren Tag. Dann gehen wir alle schlafen und sind dankbar für die wundervolle Zeit, die wir zusammen haben. Heute ist ein besonderer Tag. Ich verbringe ihn mit meiner Familie. Wir planen ein Picknick auf dem Land. Wir wachen früh auf und packen einen Picknickkorb mit Sandwiches, Obst und Snacks. Auf dem Land finden wir einen schönen Platz unter einem großen Baum. Wir breiten eine Decke aus und setzen uns hin, um zu essen. Das Wetter ist perfekt. Wir lachen, reden und genießen es, zusammen zu sein. Nach dem Essen spielen wir Spiele wie das Fangen von Schmetterlingen und das Überspringen von Steinen in einem nahegelegenen Teich. Als die Sonne zu sinken beginnt, packen wir zusammen und fahren nach Hause, glücklich und müde. Zu Hause haben wir ein köstliches Abendessen und teilen Geschichten über unseren Tag. Dann gehen wir alle schlafen und sind dankbar für die wundervolle Zeit, die wir zusammen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017